Seien Sie versichert. Ich werde meine Ehre wiederherstellen. Ich sehe, Sie sind ein Duellist. Sie fürchten den Tod nicht. Richtig? Bitte nicht für mich. Es hilft mir nicht. Die Offiziere seiner Majestät zweifeln einstimmig an, dass Sie, Herr Jakovlev, derjenige sind, für den Sie sich ausgeben. Sie verkaufen Blut. Ich kaufe es. Sie sind eine Todesmaschine. Ich sorge für die Klienten. Sie schießen. Kodiref. Stuttenberg. Modvenov. Fürst Rainer. Basagi. Wir vermuten, dass die Herren einer Verschwörung zum Opfer fehlen. Bitte retten Sie meinen Bruder, Graf. Graf Bekle-Mischew ist nichts, für wen er sich ausgibt. Ich bin der König der Lügen. Du umgarnst deinen Monster, Fürstin. Ich habe gesehen, wie du die kleine Fürstin heute angeschaut hast. Ich bitte Ihren Bruder um Ihre Hand. Er wird ablehnen. Und Sie? Ich habe dich vor dem Gefängnis bewahrt. Hast du das schon vergessen? Ich untersage Ihnen das Duell gegen meinen Bruder. Wer ist der Klient? Wenn ich Ihnen das sage, bin ich tot. Von all den Duellisten in der Stadt bringen Sie mir meinen Erzfeind. Du solltest mich nicht lieben. Du hast viel von ihnen gelernt, jetzt bring es mir bei. Schießen ist nicht schwer, aber das Töten ist eine Wissenschaft. Aus Liebe zu dir würde ich töten. Sogar dich. Sie sind eines Duelles nicht wert. Sie sind ein Mörder. Ein Hund. Ein Edelmann duelliert sich nicht mit einem Hund. Ich verabscheue Duelle. Sie werden sie noch mögen.